2 0 5 Da setzen wir noch einen Teier 2 0 5 kann doch gar nicht sein Vielleicht der Quersteher 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 weiter 108 grad vorne rechts 109 39 3 3 3 da hast du eine zeit rausgehauen die ich niemals schlagen könnte